Heute möchte ich mir mit euch die Umwandlung von Dezimalzahlen in Binärzahlen oder Dualzahlen anschauen. Das Ganze werden wir anhand des Beispiels der Umwandlung der dezimalen 203 machen und zwar mit einem relativ einfachen Algorithmus, bei dem wir immer nur durch 2 teilen. Wir fangen also an die Zahl von Dezimal in Dual umzuwandeln, indem wir sie durch 2 teilen und eine Division mit Rest durchführen. Die kann man schriftlich machen oder man macht sie im Kopf. Hier geht das noch im Kopf, bei größeren Zahlen nimmt man da vielleicht den Taschenrechner und schaut dann mal nach. Okay, 203 durch 2, da kommen wir als erstes auf die 101 mit einem Rest von 1. Den Rest werden wir jetzt immer ein bisschen mit aufschreiben, denn der wird uns nachher unsere Dualzahl verraten. Denn wenn wir immer nur durch 2 teilen, bekommen wir entweder, wenn es eine ungerade Zahl ist, wie die 203, einen Rest von 1 raus oder wenn wir auf eine gerade Zahl stoßen, einen Rest von 0. Auf die gerade Zahl stoßen wir eventuell, wenn wir hier weiter durch 2 teilen. Das ist nämlich der ganze Algorithmus. Wir teilen so lange den Quotienten wieder durch 2, bis wir bei 0 angekommen sind. Also 101 durch 2 wäre 50 mit Rest 1. 50 durch 2 sind 25 mit Rest 0. 25 durch 2 sind 12 mit Rest 1. 12 durch 2 sind 6, Rest 0. 6 durch 2 ist 3, ebenfalls mit Rest 0. 3 durch 2 ergibt 1 mit Rest 1. Und 1 durch 2 ergibt 0 mit Rest 1. Jetzt sind wir durch den ganzen Algorithmus durch und haben hier über den Rest unsere Dualzahl erhalten. Und zwar ist der erste Rest unser LSB, unser Least Significant Bit. Und der letzte Rest bildet unser Most Significant Bit. So dass wir am Ende auf die Dualzahl kommen. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Und das soll entsprechen unserer 203 im Dezimalsystem. Das können wir auch nochmal fix überprüfen, nämlich mit dem Taschenrechner, indem wir einfach mal eine Binärzahl eingeben und zwar die, die wir gerade bestimmt haben. Und das ist die 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Und hier sehen wir, über den Rest haben wir tatsächlich die 203 in eine Dualzahl umgewandelt. Der Taschenrechner gibt uns zusätzlich noch die Info zur Oktalzahl, also zur Zahl 203 im Oktalsystem und im Hexadezimalsystem. Die sind um einiges angenehmer, wenn es später ans Programmieren geht und an Speicheradressbereiche, die nämlich ein bisschen größer werden. Aber wie wir dahin kommen von einer Binärzahl, das zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin!